so leute was geht hier ist maschine aufschlims tv und wir spielen wieder nach langer pause beziehungsweise ich bin wieder da ja ich bin wieder da ich habe jetzt ein neues spiel für euch was heißt ein neues spiel also wir haben schon mal beta gespielt von star wars battlefront aber heute ist ein release tag von vollen version von spiel und ja ich bin mal gespannt wie das wird ich denke das wird echt ein geiles spiel also beta hat mir echt riesen spaß gemacht und ich warte jetzt einfach darauf das spiel anzumachen und wieder das spiel einfach beginnen und einfach mal anzocken verschiedene spielmodus die auf beta version nicht da waren und folgendes ja ich habe jetzt erstens grids syndicate zu ende gespielt und das letzt die letzte folge sollte schon draußen sein ja das stimmt muss schon draußen sein mit dem fallout fallout ist es folgendes quasi so dass ich mir festgestellt habe fallout ist einfach zu groß und einfach zu heftig das spiel also oh ja baby oh ja das ist geil oh das war's na gut der wer ist denn jetzt nochmal ohne scheiß leute ich bin kein großer experte von star wars ich habe zwar alle viele filmen geguckt wo steckst du auch jetzt hierher auch nicht schlecht r2 d2 ok das gefällt mir schon mal hast du mich gerade aber was ich denn sagen wollte fallout 4 fallout 4 habe ich festgestellt dass es bisschen zu groß ist und einfach zu mächtig das spiel was es nicht heißt das spiel ist einfach so dass man denkt wo ist das spiel geil oh mann alter ich werde nur das spiel zocken alter ich schwöre und so weiter und so fort nein also was heißt nein also ich werde jetzt nicht über fallout sprechen wir wollen jetzt ist da was bitte fort spielen ich werde euch nur sagen dass ich quasi nämlich so mache und auch die hauptmission aber ich nehme es nicht auf ich werde euch natürlich mit verschiedenen abschnitten des spiels zeigen also ich bin schon ziemlich weit ich habe schon viel höheren level als ich das letzte mal aufgenommen habe und das spiel hochgeladen habe ich habe wahrscheinlich acht videos vorbereitet vier videos sind erstmal auf youtube und die nächsten vier werde ich jetzt morgen spätestens übermorgen hochladen was das priorität ist ist star wars bitte fort und das wollen wir jetzt zocken ja ich akzeptiere alles nein verwerfen bitte tutorial nein ich will kann tutorials starten das können wir mal später machen wir wollen natürlich multiplayer mode spielen weil ich will noch ein bisschen mit euch mal reden und eben das sieht schon mal sehr gut aus helden jagd droiden alarm gefecht fragte vorher schafft lassen wir vorher verspielen so schnell und das spiel fängt jetzt gerade ab profil anzeigen doch nicht so wollen wir das nicht machen und was ich sagen wollte was wollte ich denn sagen ja wie gesagt spätestens in zwei tagen werden alle videos hochgeladen mit dem call of duty ja mit dem sheet of duty da weiß ich noch nicht wann ich wenn ich es hochgeladen weil ganze da kommen so viele spiele raus da kam jetzt fallout 3 fallout 4 entschuldigung und star wars battlefront und ich habe echt keine Ahnung was ich denn zocken soll ich habe echt einen syndrom was ich echt schon lange nicht beharrte wo ich nicht weiß was ich denn zocken soll so auch freischalten was freigeschaltet wenn wir andere waffen neigen wir natürlich nicht wir sind level 1 na gut wie kann ich denn starten ach so hier so diese web hatten wir noch nie oh ne doch hatten wir oder ne doch nicht so das erste mal star wars battlefront volle version auf meinem kanal also ich habe vorher nicht angezockt ich wollte einfach gucken wie das wird wenn einen kontrollpunkt so gleichwertig erwischt ich weiß es jetzt nicht auch nicht wir haben boba fest zur unterstützung rekrutiert naja das verletzt mich ja der tipp war irgendwo jetzt scheint oh der was war das denn was der das war krass aber naja wir können mal machen weiter die dinger verletzen das ist schon scheiße das ist so was gibt hier oh da ist was ah truppenschild oh ja da wollte mich jemand erwischen wir können einen kontrollpunkt kommen wir mal jetzt scheint es nicht so oh 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 fuck oh shit oh shit alter na weiß ok das läuft jetzt wunderbar ich müsste wieder daran gewinnen dass ich jetzt battlefront zocke und nicht fallout fuck ich ging ja echt ab hier ich muss es etwas finden wo ich einfach langsam reinkommen da hätte ich den ersten kill hier muss man doch nicht nachladen mensch ohne scheiße es wird jetzt so ein problem sein mit dem nachladen wenn ich echt verwehrt sein ja klar der ist nicht tot natürlich oh shit alter der geht ja ab alter schlade wie schießt er denn wie verrückt alter wie einfach ja klar da waren die junge das also langsam reicht es hier vor allem sind die rebellen ne quatsch wir sind im imperium das kann nicht sein das stimmt hier was nicht geht hier ab wo auch weiter sammai also irgendwie das läuft ja nicht so oder? Wo bin ich denn? Scheiße, klar. Nur am verkacken, der Junge. Oh man. Das kann Juppie, ich hab überlebt. Wie zurückziehen, Alter. Ja, gib's nicht zurückziehen. Hoppla. Junge, ey. Was ist denn das, Alter? Ja, toll. Ja, toll, ey. Was für Dinger der hat. Schade. Wir können das nehmen, aber schwierig. Du wolltest mal ein bisschen schießen, yeah. Oh yeah. Oh. Von wo? Die Rebellen kontrollieren das Schlagfeld. Wir können hier zurückschlagen. Okay. Wir haben Skywalker unsweit von eurer Position geauft. Schaltet den Jedi aus. Oh, schade. Jetzt noch einer. Sehr gut. Noch welche? Geil. Glück, Skywalker, mach mich fertig. Ja, klar. Viel Spaß. Läuft, Alter. Wie viele? Mann. Erzähl 5G. Ach ja. Dammit. Ja, zurück in die Schlacht, Alter. Läuft bei denen, Alter. Okay. Ja, gut. Wir kommen langsam mal rein. Ne? Das ist schon mal klar. Oh damn. Autsch. Autsch. Ich hab mich selber geg... Lava. Ja, ich hab mich selber geg... Lava. Keine Partnerschaften. Schade. Ja. Ja, mit dem Sous wird's quasi so sehen, dass ich, äh, mit Kumpels natürlich auch spielen will. Und ich will natürlich, dass ihr auch die, äh, ja, Kumpels seht. Und, äh, hört. Was? Oh damn. Oh ho. Ja, klar. Natürlich könnt ihr mich treffen, ne? Wie denn auch sonst. Oh yeah. Man kann den vollständig erwischen. Oh fuck. Skywalker ist geschlagen. Naja. Ja, gut. Aber wir haben fast ne Quote von eins. Doch. Fast. Autsch. Wir sind ganz wieder. Wir gehen einfach hier rein. Wenn wir das können sehen. Oh. 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 Wenn die so weiter abgehen. Oh. Oh. Das ist klar. Oh. Oh. Ah. Nice. Oh. Ah, paar Süchtigen gibt es hier, weh? Oh, wie die schlucken, Alter. Ah, ich will jetzt bitte nicht fliegen. Ich will ein bisschen ballern. Autsch. Was? Sag mal. Jo, du scheiß Camper, Alter. Ja, komm raus, komm mal raus, du Pisser. Pisser. Oh, damn, looks like a walker, hier. Boah, duck. So, ich schlucken. Pisser. Oh, damn. Puh. Er läuft, Alter. Endlich hat Solo für seine Verbrechen. Ein Solo. Hupu. Tschüss. Oh, der stirbt nicht, ne? Oh, Mann, ey. Er läuft ja nicht so, läuft nicht so, Mann, oh, Mann. Oh, so ein Pisser, ey. Oh, Pisser ist, okay. Die Rebellen kontrollieren das Schlachtfeld. Und uns läuft die Zeit davon. Ja, tschüss. Scheiß Camper. Oh, so ein scheiß Pisser. So ein fucking Camper, Alter. So ein Camper, ey. Aber sowas von einer. So, da ist keiner mehr. Der letzte Kontrollpunkt darf nicht den Rebellen in die Hände fallen. Sonst müssen wir uns vor dem Dunkeln Lord verantworten. So, die müssen wir ja vor den Dunkeln rochen. Ja. Dunkelführer. Wir haben Boba Fett zur Unterstützung. Boba Fett, also den Kopfkirch hier. Oh, Mann, es ist jetzt eine gute Idee, hier zu kommen. Wir nehmen einen Kontrollpunkt. Ja, der Großalgedy. Meine Fresse. Ach, okay. Nix da. Scheiß Pisser. Yeah, so ist es gut. Hat der nicht wirklich was gebracht? Der geht tot. Oh, yeah. Da ist er. Yep. Noch einer? Yep. Danke. Danke. Ich kann mich. Was? Autsch. Scheiße. Oh, ich bin positiv. Ja, gut. Das geht hier langsam so. Schon mal. Oh, ah. Ja, ah, 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 ah. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wir haben verloren. Der ist nicht schön. Der ist nicht schön. Na gut, ähm. Ja, das war der erste Einblick auf Star Wars Battlefront. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bei dem nächsten Spiel. Haut rein. Macht gut. Booyah. 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 Booyah.